Wir haben jetzt einige Stunden, Tage, Nächte hinter uns. Da hatten wir die Aufgabe, aus all euren Einsendungen jene 20 auszuwählen, die wir am 10. September nach Wien zur finalen Audition des Kiddy Contest einladen. Und erst dort wird ja entschieden, wer die 10 sind, die dann wirklich am 22. Oktober im Finale in der Wiener Stadt eröffnet. Ja, und das war ja wirklich nicht einfach, weil von dem, ja, das waren schon eine ganze Menge. Ich habe es gar nicht bezahlt. Aber von diesen vielen Kindern, die eingesendet haben, waren heuer sehr, sehr viele gute. Da hätte man am liebsten alle genommen, aber dann würde die schon tagelang dauern. Und das ist natürlich, da muss man die Sache dann oft überschlafen, da muss man noch einmal hinschauen, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben auch eine gute Auswahl getroffen, nach unserer Meinung. Wir sind gespannt, die Kids werden jetzt benachrichtigt. Ja, und darum geht es los. 10. September, Endentscheidung. Und wer mit dabei ist unter den Top 20, das kommt natürlich sofort auf der Homepage auf der Kiddy Contest.com. Wir können nur sagen, einer wird gewinnen. In dem Fall jetzt mal 20. Und danke an alle anderen fürs Mitmachen. Wir haben tolle Videos gesehen. Das muss man auch noch sagen. Tolle Stimmen gehört. Und falls es heuer nicht geklappt hat, bitte auf alle Fälle nächstes Jahr wieder einsenden. Musik Sert